Ciao zusammen, das ist der Brownie, neuer Moderator beim Radio Industry. Ab dem Dezember gehe ich mit meiner neuen Sendung Brownies Music Talk online. Und mein erster Gast in dieser Sendung ist... DJ Lil Maze. Hoi zusammen! Mit dem DJ Lil Maze zusammen spreche ich über 20 Jahre Erfahrung in der Schweizer Rap-Szene. Genau. Und das auf Radio Industry am 6. Dezember. Also schaltet ein, wenn es heisst, von 8 bis 9 Talk mit Brownie. Und zwar auf www.radioindustry.ch Genau, jetzt ist eben die Frage, geht es nachher noch weiter, von 9 bis 10 auch noch? Nein. Okay. Vielen Dank.